So, da sind wir wieder. Eine Runde in Wales, um das fertig zu machen. Genau. Ja, wie gesagt, Wales und danach musst du nur nach Schweden kommen. Du könntest auf ein stehendes Auto treffen. Oder? Kommt noch was? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist noch ein bisschen zu fahren. Genau. Oh. Okay. 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 Links halten über Kuppe. In rechts eins. Lang. Macht auf. Nicht schneiden. In links. Zwei. Kuppe. Sechzig. Links sechs. In rechts. Offene kehre links. Innen halten. Sechzig über Kuppe. Rechts drei. In links. Zwei. Durchsenke. In rechts halten. Durchsenke. Links vier. Über Kuppe. Rechts fünf. Rechts drei. In links. Zwei. Durchsenke. In rechts halten. Durchsenke. Links vier. Über Kuppe. Rechts fünf. Rechts drei. Nicht schneiden. In links. Zwei. Durchsenke. In rechts halten. Durchsenke. Links vier. Über Kuppe. Rechts fünf. Rechts fünf. Links vier. In links links. Links drei. Rechts fünf. Rechts fünf. Rechts fünf. Rechts fünf. Rechts fünf. Rechts acht. Rechts fünf. Rechts fünf. Links sechs. jetzt bin ich mir gar nicht sicher weil ich das gerade glaube ich mit dem rallye-teil verwechselt auch noch einen teil in finnland gab oder so irgendwie es müsste sechs strecken sein jetzt australien mit schön in den zuschauer reingerutscht bergauf ich würde sagen links 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 rechts zwei links drei rechts vier links durch senken nicht schneiden in rechts sechs links halten über gruppe rechts fünf 60 links sechs gruppe senken rechts sechs links sechs rechts fünf gruppe nicht schneiden links sechs rechts halten über gruppe links drei rechts schneiden rechts vier in links sechs 60 rechts 6 60 durch senken links drei rechts rechts halten über welte 80 über welte sofort auf der kehre rechts innen halten rechts 6 links 6 links 6 auf der kehre links innen halten 60 über gruppe legt rechts 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 Ich denke, das ist sehr schwer, hier nach dem ersten Klapp zu kriegen. Ah, wird es jetzt rot noch klar gemacht. Alles okay. Abstand von zwei Sekunden, damit fährt er insgesamt nicht an mit mir vorbei. Das ist okay. Okay, fertig. Die Zeit und die Platzierung wurden aufgezeichnet. Achso, ich sehe es doch gar nicht jetzt. Naja, erstmal zwei Rennen noch in Wales und dann gucken wir weiter. Bis zum nächsten Mal. 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 So, die vorletzte Strecke in dem Zusammenhang. Mit einer fehlerfreien Wertungsprüfung verdienen wir uns einen besseren Ruf. Mh, machen wir. Dann gehen wir doch gleich mal los. 5, 4, 3, 2, 1, los. Gehen rechts, 3 über Gruppe. Links 5, senke. Links 6, offene Kehre links, innen halten. Nicht schneiden, 60 über Gruppe. Rechts 3, nicht schneiden. In links 2, durchsenken. In rechts halten, durchsenken. Links 4, über Gruppe. Nicht schneiden, rechts 5. Links 5, nicht schneiden. Rechts 3, 90 Grad rechts, rechts 4. Links 5, nicht schneiden. Rechts 6, links 4. Rechts 3, links 6, über Gruppe. Durch Tor. Links 6, durchsenke. Links 4, über Gruppe. Durch senke. Links 6, mittig halten. Über Gruppe. 60, Gruppe senke. Rechts 6, rechts 4, über Gruppe. Durchsenke. Mittig halten, über Gruppe. Rechts 6, links 4, rechts 3. Links 6, über Gruppe. 80, Gruppe senken. Rechts 6, belongs schlecht zu galera. Bescheidender Fahrfehler. Rechts 4, über Gruppe. Und mehr bremsen müssen. Mittig halten, über Kuppe, links 6, über Kuppe, links 6, über Bälle, rechts 3, links 6, über Kuppe, rechts 6, in links 2, lang, macht auf, über Kreuzung, 60, rechts halten, über Kuppe, links 3, nicht schneiden, rechts 4, in links 6, 60, links 3, durch Senke, mittig halten, über Kuppe, 60, in offene Kehre, rechts lang. 60, durch Senke, links 3, über Kuppe, rechts halten, über Kuppe, links 3, nicht schneiden, rechts 4, in links 6, nicht schneiden, 150, links 5, links 3, über Kuppe, rechts schneiden, rechts 6, über Kuppe, durch Tor, 60, links 6, über Kuppe, fast schön abgeflogen. Links 6, über Bälle, rechts 3, links 6, über Kuppe, links 3, durch Senke, mittig halten, über Kuppe, 60, in offene Kehre, rechts lang, 60, durch Senke, links 3, über Kuppe, durch Tor, rechts 6, 60, durch Senke, links 3, rechts halten, über Bälle. Rechts 2, links 3, rechts 4, in offene Kehre, links, lang, durch Senke, mittig halten, nicht schneiden, in rechts 6, links halten, über Kuppe, rechts 5, links 1, Kuppe, in rechts 2, lang, in links halten, über Kuppe, in rechts 1, lang, macht auf. In links 2, Kuppe, nicht schneiden, 150, rechts 4, links 1, Welle, senke, nicht schneiden, rechts 5, über Wälle, links 5, rechts 6, 80, Kuppe, sofort rechts 2, in links 1, rechts halten, über Kuppe. In links 2, links 2, lang, Achtung, Kuppe, sofort rechts 1, nicht schneiden, links 5, rechts 5, rechts 3, rechts 4, rechts 4, rechts 4, links 5, rechts 5, rechts 4, über Kuppe, links halten, durch Senke, rechts 2, durch Senke, links 3, rechts 6, 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 rechts 6, rechts Sehr weit rausgekommen hinten beim Heck und dann direkt rausgerutscht. 5 Sekunden reicht, alles gut. Insgesamt auf 1, ach ne die jetzt kommen noch 2, ah ok ich war gerade ein bisschen falsch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eine trockene Strecke auf 6,4 km, das ist auch angenehm. Die Beulen und Schrammen haben offenbar keine Auswirkung auf die Mechanik. Schön wie der Motor hier am Tuckern ist. 4, 3, 2, 1, los. 4, 3, 2, 1, los. 4, 3, 2, los. 4, 3, 2, los. 4, 3, 2, los. Links halten, über Welle. Rechts 6, durch Senke. In links 6. Rechts halten, über Puppe. 60, rechts 2. Links 3. Nichts. Rechts 4. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang, durch Senke. Nicht schneiden. In rechts 6. Links halten, über Puppe. Rechts 5. Links 6. Links 5. Rechts 5. Links 5. Über Welle. Achtung. Kuppe. Rechts 1. Links 4. In links 6. Kuppe. 60. In rechts 3. Über Puppe. Links 5. Senke. Rechts 3. In links 2. Durch Senke. In links 2. Durch Senke. Durch Senke. Links 4. Über Puppe. Rechts 6. Links 1. Kuppe. In rechts 2. Ah, schön, schön, schön. Ah, das gibt's doch nicht. In rechts 2. Hätte nach rechts lenken sollen als er angefangen hat zu kippen. In links halten, über Puppe. In rechts 1. Links 1. Nach links, ja. In links 2. Unnötige Fahrfehler. Und dadurch ist es noch schwerer vorne ran zu kommen. Links 6. Die gerade schon so schnell unterwegs sind. Offene Kehre links. In halten. Nicht schneiden. 60. Über Puppe. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6. Über Puppe. Durch Tor. 200. Achtung langsam. Scharf rechts. Links 4. 60. Überwenden. 130. Links 5. Links 3. Über Puppe. Nicht schneiden. Rechts 6. Über Puppe. Durch Tor. 150. Links 5. Links 3. Über Puppe. Nicht schneiden. Rechts 6. Über Puppe. Durch Tor. 100. 80. Durchsenke. Mittig halten. Übersprung. 150. 80. Durchsenke. Mittig halten. Übersprung. 150. Kuppe senken. Rechts 6. Rechts 4. Über Puppe. Durchsenke. Mittig halten. Über Puppe. Durch Tor. Rechts 6. 60. Durchsenke. Links 3. Rechts halten. Überwenden. In links 6. Durchsenke. Links 4. Über Puppe. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 100. Links 1. Aktuell. Rechts 2. In links Halten. Über Puppe. In rechts 1. Land. Macht auf. In links 2. Kuppe. 150. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Wahnsinn. Ah das ist selbst beinahe geworden. Wieder da runter gefallen. Aber dadurch jetzt auch sehr viel Zeit wieder verschwindet. Rechts 5. Überände. Links 5. Platz 3, achso das ist schon Ziel jetzt, Platz 5, oh nein. Was ist denn los jetzt gerade? Die letzten beiden Rennen waren echt nicht gut, aber jeweils durch irgendwelche Fahrfehler. Die aktuellen Platzierungen wurden aktualisiert. Wahnsinn. Oh, okay. Starts to fall. All the strings are shown. The things they said were nothing but delusions for us. Oh, they had us. Oh, they blamed us. Turned our hearts and flashed our heads. But you still need one and more. Yeah. Cause you're so deaf, you're slashed with everything you're saying. Ain't no fun, just from all you've done. No sex, not since you're laughing, dreadful beating in the end. Look at what we started. There's so much more to come. All the links to fusing and burning down. Oh, they ain't your friend, guys. Oh, they it's too much. We took our hearts and flashed our heads. The next thing we wanted, boy. So, the ten-kilometer-Runde. Legen wir die auch nochmal fix hin. Ha. Hm. Das Preisgeld sollte helfen, falls du mehr Autos in der Garage haben willst. Ja, oder mein Zeug noch ausbauen will. Hm. Besser Fahrzeuge und so. Hm. 4. 3. 2. 1. Los. In links 6. Rechts halten über Pumpe. 60. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. Nicht schneiden. 60 über Pumpe. Die Kehre kam schnell. Damit hab ich so nicht gerechnet. Nicht schneiden. Rechts 3. 2. Überkreuzung. 80. Links halten. Übernen. Rechts 6. Durchsenke. In links 6. Rechts halten über Pumpe. 60. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. Schön. Da hätt ich aber auch noch ein bisschen in die Kurve gehen können. In links 6. Landen. Durchsenke. In links 6. Links halten über Pumpe. Rechts 5. Rechts 5. Rechts 5. In links 6. Rechts 6. Links halten über Pumpe. Rechts 5. Rechts 5. Rechts 5. Rechts 5. Überwende. Sofort. Offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 5. Rechts 6. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. Nicht schneiden. 60 über Pumpe. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überwende. Ab oben. Pumpe. Rechts 1. Links 4. Rechts 6. Durchsenke. Rechts 4. Pumpe. Gleitsprung. Rechts 6. Überpumpe. Links 5. Rechts halten. Überpumpe. Links 6. In offene Kehre rechts. Lang. Durchsenke. Links 4. Rechts 3. In links. 2. Links 5. Rechts halten. Überpumpe. Links 6. In offene Kehre rechts. Lang. Durchsenke. Nicht schneiden. Links 4. rechts 3. Rechts 3. In links. 2. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. Rechts schneiden. Das war der Spiegel. 60 über Pumpe. In links 6. Pumpe 60. In rechts. 3 über Pumpe. Links 5. Senke. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überwenden. Achtung. Pumpe. Rechts 1. Links 4. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. 60 über Pumpe. Rechts 5. Durchsenke. Links 3. 60 überwenden. Pumpe. In rechts. Rechts 6. Durchsenke. Rechts 4. Pumpe. Leitsprung. Rechts 6. Überpumpe. Links 6. Pumpe. Senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Pumpe. Nicht schneiden. Links 6. In rechts. 3 über Pumpe. 60 durchsenke. Offene Kehre links. Lang nicht schneiden. Mittig halten. Überpumpe. Durchsenke. Rechts 3. 200. Achtung. Langsam. Scharf rechts. Links 4. Verpennt einer nicht. 60 überwenden. Links 6. Rechts 4. Links 3. Nicht schneiden. Mittig halten. Überpumpe. Rechts 4. Überwenden. In links. 2. Durch Tor. Links 6. Überpumpe. 2. Nicht schneiden. Rechts 5. Links 6. 100. Links 5. Links 3. Überpumpe. Nicht schneiden. Rechts 6. Überpumpe. Durch Tor. 60. In rechts. 3. Überpumpe. 60 durchsenke. Offene Kehre links. Lang nicht schneiden. Mittig halten. Überpumpe. Durchsenke. Rechts 3. 150. Links 5. Links 3. Überpumpe. Rechts 6. Überpumpe. 200. Achtung. Langsam. Scharf rechts. Links 4. 60. Überpumpe. Durch Tor. Durchsenke. Links 3. Kuppe. Rechts 3. Lang. Kuppe. Links 5. Rechts halten. Überpumpe. Links 3. Rechts schneiden. Rechts 4. In links 6. Rechts schneiden. 60. Links 6. Rechts 4. Links 3. Mittig halten. Überpumpe. Rechts 4. Überwellen. Nicht schneiden. In links. 2. Durch Tor. Rechts halten. Überpumpe. Links 3. Rechts 4. In links 6. 66. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. 60. Überpumpe. 80. Überwellen. Sofort. Offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. 60. Überpumpe. Links 5. Rechts 4. Überpumpe. Links 5. Durchsenke. Rechts 2. Durchsenke. Links 3. Rechts schneiden. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überwellen. Achtung. Kuppe. Rechts 1. Links 4. Links 4. In links 6. Durchsenke. Links 4. Überpumpe. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 150. Überwellen. Sofort. Offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Offene Kehre links. Innen halten. Nicht schneiden. 60. Überpumpe. Links halten. Überwellen. Rechts 6. Durchsenke. In links 6. Rechts 6. Überwellen. Sofort. Offene Kehre rechts. Innen halten. Rechts 6. Ah. Sehr, sehr schlechter Fahrfelder. Ziemlich viel Zeit verloren. Jetzt wieder. Rechts 5. Links 5. Überwellen. Achtung. Koffer. Rechts 1. Links 4. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durchsenke. Rechts 6. Links halten. Überpumpe. Rechts 5. Rechts 5. Nicht schneiden. In links 2. Überpumpe. Rechts 4. LAN. Links 5. Überpumpe. Nicht schneiden. Bis ziehen. Langsam zum Nachholen. Hat gereicht. Sehr gut. Zehn Sekunden Abstand noch. Toll. hast du weit geholt das ist sehr gut gelaufen tolle Wertungsprüfung, gut gemacht ja, das denke ich auch so, weiter geht's und sie werden gewonnen, sehr gut ja, hier auch nicht alles geholt, aber so passt es auf jeden Fall ziemlich gut drauf dadurch alles gut bisschen Kohle gemacht hier auch wieder ein bisschen Kohle leider nicht weiter aufgestiegen im Rang ja, cool, dann ist es das auch schon sind doch nur 5 Events dann jetzt in Schweden also gibt es wirklich nur diese 5 Länder in dem Spiel wirklich ein bisschen schade ein paar mehr Länder wären schon cool gewesen ah genau, direkt nochmal eine 10km Strecke zum Anfang ach schauen wie das Auto so aussieht zu erledigen wieder Standard und ja, das Auto sieht eigentlich ganz gut aus können wir uns direkt rein stürzen 10km durch den Schnee auch wieder 6 Wertungsprüfung und dann ist die Rallyemeisterschaft durch der Rallyeabschnitt auch geschafft 1, los rechts 3 durch Senke Kuppen links 2 lang überwenden rechts 4 rechts 6 in links 5 überwenden in rechts 6 durch Senke rechts 5 überwenden links 4 lang durchsenken in links 3 überwenden rechts 4 überwenden rechts 5 in links 3 durch Senke 60 rechts 5 60 links 6 Bälle Kuppen rechts 5 überwenden in links 6 überwenden 60 rechts 5 in links 3 durch Senke 60 rechts 5 Bälle 60 links 6 durch Senke in rechts 5 überwenden in links 6 rechts 4 Kuppen links 3 Lang, überwählen, in Kuppe, Sprung, 60, überwählen. Vor Glück nur so ein Stückchen ausgerutscht. Links, rechts, 4, in 90 Grad, rechts, lang, links, 6. Links, 3, durchsenke, Kuppe, rechts, 3, durchsenke, Kuppe, links, 2, lang, überwählen, rechts, 4. Links, 6, durchsenke, in rechts, 5, überwählen, links, 6, links, 4, in rechts, 2, lang, überwählen, Kuppe, links, 3, durchsenke, Kuppe, rechts, 3, durchsenke, 60, Achtung, in links, halben, überwählen, rechts, 5, lang, senke, links, 5. Ich habe darauf, dass jetzt nicht gleich die 14 Kilometer oder die lange Strecke wieder da nachkommen, nach dieser langen Strecke. Gehe ich krachen. In links, 6, überwählen, 60, links, 6, wählen, Kuppe, rechts, 5, lang, überwählen. In links, 6, überwählen, 60, rechts, 5, in links, 3, durchsenke, 60, rechts, 5, wählen, 60, rechts, 6, überwählen, in links, 5, lang, überwählen, Kuppe, wählen, rechts, 6, 80, rechts, 5. 80, 90 Grad, links, um ein bisschen Zeit verloren, auf jeden Fall. 60, durchsenke, rechts, 6, 60, rechts, halben, überwählen, mittig, halben, überwählen, gerade, durchsenke, 60, links, 5, rechts, 5, links, halben, überwählen, links, 6, durchsenke, in Kuppe, vielleicht, Sport, 60, wählen, links, 5, 60, rechts, 3, durchsenke, in links, 5, Achtung. Gut gegangen. Links, 6, wählen, Kuppe, rechts, 5, lang, überwählen. In links, 6, überwählen, 60, wählen, links, 5, 60, rechts, 3, durchsenke, in links, 5, rechts, 4, in links, 4, durchsenke, Baustelle, außen. Achtung, rechts 3, durchsenke. Rechts 6. Wählen sind auch fies. Die Datone lenken will es eigentlich. Bist du verloren. Also es muss echt wie in der Schule vorher gesagt. Vorher gebremst werden. Oder während der Wählen schon fertig sein mit dem Bremsen des Sprungs oder so. Muss schon alles geschehen sein. Rechts 3, durchsenke. In links 5. Achtung, gucke. Vielleicht Sprung, sofort kehre rechts. In rechts 6. Links 6. Wählen links 5. 60. Rechts 3, durchsenke. In links 5. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Kuppe. Links 2, lang. Hier haben wir ein bisschen mehr gebremst gerade. Rechts 4, unterflogen. Achtung, langsam. Kuppe. Kuppe. Sprung in rechts 4, lang überwählen. Kuppe links 4, 60. Rechts 5 in. Links 3, durchsenke. 60. Rechts 5, Welle. 60. Rechts 5 in. Links 3, durchsenke. 60. Rechts 5, Welle. 60. Rechts 6, Baustämme innen. 80, überwählen. Links 5, lang. Links halten. Überwählen. Rechts 6, überwählen. 60. Links 4, in rechts. 2. Lang überwählen. Kuppe. Links 3, durchsenke. Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Rechts 4, Kuppe. Links 3, lang überwählen. In Kuppe. Sprung 60, überwählen. Links 5 in. 60, überwählen. Rechts 6. Links 6, 60. Achtung, links halten. Überwählen. Sprung. Links 4, in rechts 5, durchsenke. In links 4, überwählen. Kuppe, vielleicht Sprung. In rechts 6. Links 5, rechts 5. Links 3, durchsenke. Links halten. Überkuppe. Sprung. Baustelle innen. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Links 6, Kuppe 80, senke. Rechts 6, rechts 6, rechts 6. Wie man hier den Schnee so ein bisschen mitnutzen kann, damit man es hinkriegt. Äh, bild. In links 5, überwählen. Äh, gibt es halt aber auch ein großes Risiko, dann rausgezogen zu werden, ne? Wenn man ein bisschen weit rausrutscht. Wenn man zu viel mit dem Schnee spielen will. In rechts 4, lang durchsensek. Kann es ja immer alles kosten. Links 5, überwählen. Links 3, durchsenke. Kuppe, rechts 3, durchsenke. Kuppe, rechts 3, durchsenke. Kuppe, links 2, rechts überwählen. Rechts 4. Rechts 4, Kuppe, links 3, lang überwählen. Bis ziel. Okay, bring es zum Marshal. Oh, 30 Sekunden plus. Geil. Das ist echt gut. Aber auch keinen größeren Fahrfehler gehabt. Lief echt gut. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Ja, schauen wir mal. Okay, ne 8km Strecke ist jetzt auch nicht gerade wenig. Dann die 14er. Und dann relativ kurz. Alle mit um die 6. Das ist angenehm dann. Also zweimal noch Arsch zusammenkneifen. Und dann läuft's. Das ist auch wieder ne Strecke, weil Schnee. Ja. Geht's direkt weiter auf die Bahn. Wir scheinen starten zu können. Keine Verzögerung. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 5, Rennen 60. Links 6, Bälle Kuppe. Rechts 5, lang überwählen. In links 6, überwählen. 60. Rechts 6, überwählen. In links 5, lang überwählen. Kuppe, Bälle. Rechts 6, 60. Rechts 4, überwählen. In links 5, durchsenke. Und Achtung, rechts 4, rechts halt, überwählen. Sprung. Links 6, durchsenke. In rechts 5, überwählen. In links 6. Achtung, links halten, überwählen. Sprung. Links 4, in rechts 5, durchsenke. In links 4, überwählen. Kuppe, vielleicht Sprung. In rechts 6. Links 5. Rechts 5. Rechts 6, in links 5, überwählen. In rechts 6, durchsenke. Kuppe 60, mittig halten. Überwohnen, sprung 80. Großen Sprung. Links 4, überwählen. Rechts 3, überwählen. In rechts 4, lang überwählen. Du bremst hier. Links 5, überwählen. Links 5, 60. Rechts 5, in kehre, links, lang, macht auf. In rechts 4. Achtung, links 4, überwählen. Rechts 3, durchsenke. Macht zu, 2, Kuppe. Links 4, überwählen. 80. Rechts 4, Kuppe. Links 3, lang, überwählen. In Kuppe, Sprung. 60, überwählen. 60. Rechts 4, überwählen. Links 2, macht auf. Durchsenke, Kuppe, senke. Rechts 4, überwählen. Bisschen weit rausgeholt schon vom Arsch. Dann hat man es direkt gemerkt, dass er schon versucht hat, wegzudrehen. Kuppe links 4, 60. Links 5. Rechts 5, links halten. Überwählen. Links 6, durchsenke. In Kuppe. In Kuppe, gleich Sprung. 60. Links 3, durchsenke. Links halten. Überkuppe. Sprung, Baustämme innen. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Links 6, überwählen. Rechts 5, lang. 80, überwählen. Links 6. Links 5. In rechts 4. In 90 Grad, rechts, lang. Links 6. Rechts 6. 80, überwählen. Links 5, lang. Links halten. Überkuppel. Rechts 6, überwählen. 60. Rechts 5, überwählen. Links 4, lang. Durchsenke. In links 3, überwählen. Rechts 4, überwählen. 60. Rechts 4, überkuppel. Oh. Links 2, fach aus. Durchsenke. Kuppel, senke. Rechts 4, überkuppel. Achtung, langsam. Kuppel, Sprung. In rechts 4, lang. Überwählen. Kuppel, links 4, senke. Ich sollte ein bisschen weiter rechts abfahren sollen, dann wäre ich auch besser in diese gerade gekommen. Oder in die folgende Kurse. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Links 6, durchsenke. In rechts 5, überwählen. In links 6. Rechts 4. In links 4, durchsenke. Bauchstelle aus. Achtung, rechts 3, durchsenke. Links 4, in rechts 2, lang. Überwählen. Kuppel, links 3, durchsenke. Kuppel. Rechts 3, durchsenke. Links 4. In rechts 1. In rechts 5. In links 6, durchsendke. Schild leicht touchiert. Links 5. Rechts 5. Links halten. Überkuppel. Links 6, durchsenke. In Kuppel. Vielleicht Sprung. 150. Mittig halten. Überwählen. Sprung. 60. Kuppel. 60. Rechts 5. Überwählen. Links 4, lang. Durchsenke. In links 3, überwählen. Na, nein, 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 nein. Das war unnötig. In links 3, überwählen. Rechts 4, überwählen. So was von unnötig. Weil ich eigentlich alles schon auf dem Schirm hatte. Mit dem Bremsen und alles. In links 4, durchsenke. Nicht genug durchgezogen habe. Achtung. Rechts 3, durchsenke. 100. Mittig halten. Überwohnen. Sprung. 60. Ich glaub's ja wohl. No shit. Zwei unnötigste Fehler innerhalb kürzester Zeit. Oh man, ehrlich. Ich danke gerade für mich selbst. Links 4, in rechts 5. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich noch den ersten Platz halten kann. Ich meine, ich habe viel rausgefahren. Langsam zum Barsch. 10 Sekunden. 10 Sekunden plus 4, werden 18 Sekunden Vorsprung auf den zweiten. Naja. Jetzt kann man ja echt nur von Glück reden, dass ich vorher so gut gefahren bin. Das war unschlagbar. Um den Rest zu covern halt. So, als nächstes die 14 Kilometer. So, als nächstes die 14 Kilometer. So, als nächstes die 15 Kilometer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, 14km Runde, höchste Konzentration 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 Die ist aber eng geworden, wesentlich kein Erklärer Durchsenke Rechts 6 Links 6 Senke, 80, Kuppe Rechts 6 Rechts 4 Durchsenke, Baustelle aus Achtung, rechts 3 Durchsenke Links 6, überwählen Rechts 5, lang 80, überwählen Links 6, 100 Mittig halten Überwohnen, Sprung 60 Kuppe, 60 Rechts 5, senke Links 5, lang, Kuppe In rechts halten, überkuppen 60, Kuppe, 60 Mittig halten, überwählen 80 Kuppe, vielleicht Sprung In rechts 6 Links 5 Rechts 5 Achtung, in links halten, überpuppen Rechts 5, lang, senke Links 5 Achtung, links 4, überkuppen Rechts 3, durchsenke Macht zu 2, Kuppe, steile, außen Links 4, überkuppen 80, rechts 6 90 Grad links, lang In links 4 In rechts 5 Links 6, überwählen Links 6, überwählen Rechts 5, lang 80, überwählen Links 6, 150 Achtung, langsam Kuppe, Sprung In rechts 4, lang, überwählen Kuppe links 4, 60 Rechts 5, senke Links 5, lang, Kuppe Links 5, lang, Kuppe In rechts halten, überkuppen 100 Rechts 4, überkuppen Links 2, macht auf Durchsenke Kuppe, senke Rechts 4, überkuppen Rechts 4, überkuppen In links 5, durchsenke Und Achtung, rechts 4, rechts halten, überkuppen Sprung Achtung, in links halten, überpuppen Rechts 5, lang, senke Links 5 Links 3, durchsenke Links 3, durchsenke Links halten, überkuppen Sprung, Baustämme innen In rechts 4, durchsenke In links 4 Links 5, in rechts 4 In 90 Grad, rechts, lang Links 6 Links 6 Kuppe 80, senke Rechts 6 Links 6 Rechts 5, überwenden Links 4, lang, durchsenke In links 3, überwenden Rechts 4, überwenden Links 3, durchsenke Kuppe Rechts 3, durchsenke Kuppe Links 2, lang, überwenden Rechts 4 Links 6 Kuppe 80, senke Rechts 6 Links 6 Achtung, links 4, überkuppen Rechts 3, durchsenke Macht zu 2, Kuppe Steine, außen Links 4, überkuppen 80, links 6, überwenden Rechts 5, lang, 80, überwenden Links 6, 60 Rechts 4, überkuppen Links 2, macht auf Durchsenke Kuppe, senke Rechts 4, überkuppen Links 5 Rechts 5, links halten Überkuppen Links 6, durchsenke In Kuppe, vielleicht Sprung 200 Achtung, langsam Kuppe, Sprung In rechts 4, lang, überwenden Kuppe links 4, 60 Links 5, 60 Rechts 5, inkehre Links, lang, macht auf In rechts 4 Links 6, überwenden Rechts 5, lang, Baustämme Außen 80, überwenden Links 6 Rechts 6, Baustämme Innen 80, überwenden Links 5, lang, links halten Überkuppen Rechts 6, überwenden 60 Links 4, überwenden Rechts 3, überwenden In rechts 4, lang, durchsenke Links 5, überwenden Links 6, wenden Rechts 5, lang, überwenden In links 6, überwenden 60 Rechts 6, überwenden In links 5, lang, überwenden Kuppe links Was ein Glück Was? Schon wieder überschlagen Wahnsinn Was ist denn heute los? In links 6, lang Wählen Links 5, 60 Rechts 3, durchsenke In links 5 Links 5 Rechts 5 Links halten Überwenden Links 6, durchsenke In Kuppe vielleicht Sprung 60 Rechts 4, überwenden In links 5, durchsenke Und Achtung Rechts 4, rechts halten Überwenden Sprung Links 3, durchsenke Links 3, durchsenke Überwenden Sprung Baustämme in In rechts 4, durchsenke In links 4 130 Achtung Langsam Kuppe, Sprung In rechts 4, lang, überwenden Kuppe links 4, 60 Rechts 4 In links 4, durchsenke Baustämme außen Achtung Achtung Rechts 3, durchsenke 60 Achtung In links halten Überwenden Rechts 5, lang, senke Links 5 Kuppe 60 Mittig halten Überwenden Sprung 80 Links 4, überwenden Rechts 3, überwenden In rechts 4, lang, durchsenke Links 5, überwenden Rechts 6 rechts 90 Grad durchsenke der links 4, in rechts 5, rechts 4, in links 4, durchsenke, Baustämme außen, Achtung, rechts 4, durchsenke, rechts 6, links 6, links 6, senke, 80, kuppe, rechts 6, rechts 5. Überwellen, links 4, lang, durchsenken. In links 3, überwellen. Rechts 4, überwellen, 60. Rechts 4, überkuppeln. Links 2, macht auf, durchsenken. Kuppeln, senken. Rechts 4, überkuppeln. Links 3, durchsenken. Kuppeln. Rechts 3, durchsenken. Kuppeln. Links 2, lang, überwellen. Rechts 4, 150. Achtung, langsam, Kuppe, Sprung in rechts, 4, lang überwählen. Kuppe links, 64. Rechts, 5, innen. Bis Ziel. Okay, bring es zum Marschall. Jo, 29 Sekunden Abstand. Top Geschichte. Und jetzt noch dreimal eine 6er Strecke. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Dann passt das, dann ist Rally durch. Ja. Und alle drei bei Schnee. Einmal bei Nacht noch zusätzlich. Das Auto sieht etwas mitgenommen aus. Aber mechanisch ist alles in Ordnung. Das ist gut. Bis jetzt hat er auch nie gesagt, hier irgendwie das und das ist kaputt. Und pass auf, bis jetzt waren es immer nur äußere Sachen. Ein, zwei, eins, los. In links, 5, lang überwählen. Kuppe, wenden. Rechts, 6, 60. Rechts, 6. Baustämme, innen. 80, überwählen. Links, 5, lang, links halten. Überkuppe. Rechts, 6, überwählen. 60, rechts, 4. In links, 4. Durchsenke. Baustämme, außen. Achtung. Rechts, 3. Durchsenke. Achtung. Links, 4, hier ist echt anders als in links, 4, in den anderen einfach durch die Enge. Sondern hier will ich langsamer bei einer links, 4 sein. Oder bei einer 4, oder? Dementsprechend bei den anderen auch. Rechts, 3. Durchsenke. Achtung. Links, 4, überwählen. Rechts, 3, senke. Einfach, dass weniger Spielraum nach außen hat. Achtung. Links, 4, überwählen. Das ist auch so, da steht das Auto. In links, 5, in den anderen einfach durchschauen. Soll es hier schon Nacht sein? In rechts, 6, in den anderen einfach durchschauen. Ich kann nicht so aufgeschwimmen, ich dachte erst das Rennen danach sollte bei Nacht sein von Schnee. Links, 5, rechts, 5, in Kehre, links, lang, macht auf. In rechts, 4. Rechts, 6. In links, 5, überwählen. In rechts, 6, durchsenke. Rechts, 4, überwählen. In links, 5, durchsenke. Und Achtung. Rechts, 4, rechts, halb, überwählen. Bisschen verbremst. Rechts, 4, überwählen. Genau. Ich wusste es doch. Das gibt es doch nicht. Rechts, 4, überwählen. Ach, her je. Rechts, 4, überwählen. Rechts, 4, überwählen. Also wieder hinterherfahren. Rechts, 3, durchsenke. Kuppe. Links, 2, lang, überwählen. Rechts, 4, 150. Achtung. Lapsa. Kuppe. Sprung. In rechts, 4, lang, überwählen. Kuppe links, 4, 80. Achtung. In links halten, überwählen. Rechts, 5, lang, senke. Links, 5. Links, 4, überwählen. Rechts, 3, überwählen. In rechts, 4, lang, durchsenke. Links, 5, überwählen. Links, 4, in rechts, 2. Lang, überwählen. Kuppe. Links, 3, durchsenke. Kuppe. Rechts, 3, durchsenke. 100. Mittig halten, überwählen. Sprung 60. So, erste Anzeige. 100. 90 Grad links. Ja, Platz 1 sehr gut. In links, 4, 60. Aber schon, den für einen 4 Sekunden Abstand. Das ist okay. Rechts, 5, lang, senke. Links, 5. Rechts, 6. 80, überwählen. Links, 5, lang, links halten, überwählen. Rechts, 6, überwählen. 60. Rechts, 5, überwählen. Links, 4, lang, durchsenken. In links, 3, überwählen. Rechts, 4, überwählen. Rechts, 4. In links, 4, durchsenken. Baustelle aus. Achtung, rechts, 3, durchsenken. Links, 4, überwählen. Rechts, 3, überwählen. In rechts, 4, lang, durchsenken. Links, 5, überwählen. Links, 3, durchsenken. Links halten, überwählen. Sprung, Baustelle innen. In rechts, 4, durchsenken. In links, 4, 130. Achtung, langsam. Kuppe, Sprung. In rechts, 4, lang, überwählen. Kuppe links, 4, 60. Links, 3, durchsenken. Kuppe. Rechts, 3, durchsenken. Kuppe. Links, 2, lang, überwählen. Rechts, 4. Links, 4, in rechts, 2. Lang, überwählen. Roten Sektor noch drin, oder? Ich hab das hier. Den hatte ich gar nicht so für voll genommen. Aber gut zu Ende gefahren, 7 Sekunden Vorsprung. Ups. Hier sollte man jetzt keinen Unfall mehr bohren. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Ja genau, hier zeigt er jetzt an, für die nächste Nacht und Schnee. Und weil er davor dann nur Schnee angezeigt hat. Gut. Ah ja, das sieht ja jetzt aber auch wieder heller aus. Um 5 Uhr. Naja, diese Forecast sind ein bisschen... Hm. Hm. Also bei mir ist dann auch jetzt schon weniger Schnee, sieht man ja links. Dafür ein bisschen Nebel. Ja. Ne. Das Auto ist kein schöner Anblick, aber es läuft gut. Es läuft gut. Das war das Wichtigste. 4 Minuten 32 zu unterbieten. Die Referenz. 4, 3, 2, 1, los. In rechts 5, überwenden. In links 6. Rechts 4. In links 4, durchsenken. Achtung. Rechts 3, durchsenken. Links 3, durchsenken. Links halten, überwunden. Sprung. In rechts 4, durchsenken. In links 4. Links 6. Kuppe 80, senken. Rechts 6. Links 6. Rechts 5, überwenden. Links 4, langen, durchsenken. In links 3, überwenden. Rechts 4, überwenden. Achtung. Links 4, überkuppen. Das gibt es nicht. Rechts 3, durchsenken. Wie oft ich mich hier überschlage, den Strecken. Das ist der Wahnsinn. Und vor allen Dingen so unnötig, gerade bei einer 4 Minuten irgendwas Strecke, ist so schwer dann nachher die Zeit auszufahren. Der Vorteil könnte jetzt halt sein, dass es am Anfang war. Wobei eigentlich ist egal. Rechts 4, überkuppen. In links 5, durchsenke. Und Achtung, rechts 4, rechts halten, überkuppen. Sprung. Links 5, 60, rechts 5, in kehre, links, lang, macht auf. In rechts 4. So, entgegen der Referenz, bin ich schon vorne. Gucken wir mal, was die Wertung sagt. Die Wertung sagt auch, dass ich bin vorne. Sehr gut. Rechts 4, durchsenken. Achtung, rechts 3, durchsenken. 60. Rechts 4, überkuppen. Links 2, macht auf. Durchsenken. Kuppel, senken. Rechts 4, überkuppen. Kuppel, vielleicht Sprung. In rechts 6. Links 5. Rechts 5. Rechts 4, überkuppen. In links 5, durchsenke. Und Achtung, rechts 4, rechts halten, überkuppen. Sprung. Rechts 4, kuppel, links 3, lang, überwählen. In Kuppel, Sprung, 60, überwählen. Links 4, in rechts 2. Lang, überwählen. Kuppel, links 3, durchsenken. Kuppel, rechts 3, durchsenken. Rechts 6, links 6. 60, überwählen, rechts 6, durchsenken. 60, Kuppel, 60. Links 3, durchsenken. Links halten, überkuppen. Sprung, in rechts 4, durchsenken. In links 4. Kuppel, vielleicht Sprung. In rechts 6. Links 5. Rechts 5. Kuppel, links 6. Kuppel, 80, senken. Rechts 6, links 6. Rechts 5, überwählen. Links 4, lang, durchsenken. In links 3, überwählen. Rechts 4, überwählen. Links 4, überwählen. Rechts 3, überwählen. In rechts 4, lang, durchsenken. Links 5, überwählen, 80. Rechts 4, überkuppen. Links 2, macht auf, durchsenken. Kuppel, senken. Rechts 4, überwählen. Rechts 4, kuppel. Links 3, lang, überwählen. Bis Ziel. Okay, bring es zum Marsch. Jo, 35 Sekunden. Wahnsinn. Also manchmal ist es echt strange, wie stark der Unterschied zwischen den Computerfahrern ist und einem selber. Zu Anfang muss man kämpfen auf einigen Strecken. Und hier waren es jetzt mit 35 Sekunden echt easy. Das heißt easy, aber safe, mit viel Abstand. Ich ApparentlyIS. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Hier VIH. So, ich habe mir nur mal kurz was Wasser geholt, mal kurz zur Stärkung und dann geht es auch schon in die letzte, letzte Rallye Etappe, Wertung meine ich und dann ist die Meisterschaft durch und dann ist das gesamte Rallye Event durch, Gott wie ich mich freue, weil die langen Strecke kosten schon sehr sehr viel Zeit, muss ich sagen, die jetzt hier nicht so, um die vier Minuten, die sind easy going, fährt man gerne, aber die 14 Kilometer streckt dann mit 10 und 11 Minuten, da muss man schon ziemlich lange konzentriert bleiben, das ist das wird natürlich anstrengend, ne? Kuppe, vielleicht Sprung, in rechts 6, links 5, rechts 5, rechts 4, in offene Kehre, links, in rechts 5, in links 6, lang 60, links 3, durchsenke, links halben, über Kuppe, Sprung, Baustämme in, in rechts 4, durchsenke, in links 4, links 5, rechts 5, links halben, über Kuppe, links 6, durchsenke, in Kuppe, vielleicht Sprung, 60, Welle, links 5, 60, rechts 3, durchsenke, in links 5, rechts 6, überwählen, in links 5, lang überwählen, Kuppe, Welle, rechts 6, 60, links 6, durchsenke, in rechts 5, überwählen, in links 6, links 4, überwählen, rechts 3, überwählen, Was war das jetzt? Das verstehe ich auch nicht. Das ist mir ein Fragezeichen. Das tritt halt nur ganz selten auf, irgendwie auf den Strecken. Und ich weiß nicht, ist das ein Funk-Aussetzer, jetzt kriege ich das erst mit? Also der hat quasi Probleme mit dem Funk. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch die Ansage, ob das am Anfang von wegen, dass er manchmal sagt, ja, ich überprüfe nur kurz den Funk oder so. Okay, jetzt soll ein Funk-Aussetzer sein. Da braucht man im Fahrzeug wirklich den Funk, ist das auch so, von innen so laut, also klar, es wird laut sein, aber so, dass man das nicht überschreien kann. Ich komme, vielleicht Sprung, in rechts 6, links 5, rechts 5, rechts 4, links 3, nach, überwählen, in Kuppe, Sprung, 60, überwählen. Kuppe, vielleicht Sprung, in rechts 6, links 5, rechts 5, links 3, durchsänken, links halben, überkuppe, Sprung, in rechts 4, durchsänken, in links 4, 130. Achtung, langsam, Kuppe, Sprung, in rechts 4, nach, überwählen, Kuppe, links 4, 60, rechts 5, überwählen, links 4, lang, durchsänken, in links 3, überwählen, rechts 4, überwählen, rechts 4. In offene Kehre, links, in rechts 5, in links 6, lang, 60, links 4, in rechts 2, lang, überwählen, Kuppe, bis Ziel. Das heißt, jetzt hier noch rausgeflogen, das ist mir auch durchaus schon passiert. Ja, 15 Sekunden, souveräner Sieg, sehr schön. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Durch. Sieg auf allen Ebenen. Ha, und ein Achievement sogar. Weltweite Rallye-Meisterschaft gewonnen. Sehr schön. Oh, was ist denn hier? Strafzeiten. Nur 9, ich hab 20, naja, durch die Überfl- Naja. Weniger als 5, na. Ergung. Naja. Trotzdem alles gut. Das Team ist mir nicht böse. Ich hab ordentlich Kohle gemacht. Steige sogar noch auf im Rang. Als Super-Size. Witzig. Und noch ein Rang direkt. Sehr schön. Außergewöhnlich. Schön. Mit diesem Sieg bist du jetzt Teil der Renngeschichte. Sehr gut. Ab jetzt kannst du die Voreinstellung furchtlos auswählen, wo die brutalsten Kontrahenten auf dich warten. Ja. Außerdem bist du der renommierten Dirt 4 Dreifachkrone einen Schritt näher willkommen. Dieser Titel wird nur den Meistern aller Dreifachkrone-Meisterschaften verliehen. Aha. Okay. Erstmal krieg ich einen neuen PA-Agenten auf Level C. Das ist cool. Und ein neues Fahrzeug gekriegt. Auch schön. Großartig. Du bist der Champion der weltweiten Rallye-Meisterschaft. Du hast dich unerschrocken jeder Kurve angenommen. Jedes Terrain bei jeder Wetterlage gemeistert. Hindernisse überwunden und einfach alles gegeben. Du und dein Beifahrer sind ein Team, dem keiner das Wasser reichen kann. Niemand kann eure Überlegenheit anfechten. Auch schön. Am Ende nochmal so ein Trailer, so ein Video. Schöne Sache. So. Dann gehe ich mal kurz zu meinem Team. Tausche mal den PR-Typen aus. Achso. Eine PR bin ich ja sogar schon auf B. Da brauche ich natürlich nichts zu austauschen. Was haben wir noch? Chef-Ingenieur. Gibt da was? Da auch nichts draus. Und der Rest ist gut. Gucken wir mal kurz in die Post. Egger Motorsport. Freut sich natürlich. Ja, den nehmen wir nicht. Das ist der Level C, wo ich schon ein B habe. Und dann gucken wir mal, was wir noch einkaufen können. Ich denke von 180 wird das der nächste Ausbau sein. Um meine eigenen Fahrzeuge dann hochzukriegen. Oh ne. Hier haben wir nochmal 50 im Werkstallkasten. Okay. Okay, das war's dann schon. Also kommt dann F&E Forschung und Entwicklung. An B-Teile von höherer Qualität. Schön. Zack, drinnen. Und weiter geht's. Da jetzt Rallye abgeschlossen ist, geht's weiter im Landrush. Im Landrush bin ich eigentlich auch schon ziemlich weit. Achso, da bin ich sogar, ja, sehr, sehr weit. Gold, gold, gold. Und dann geht's hier weiter mit den Stadium Pro One Fahrzeugen. Ich habe wieder keine eigenen. Kriege welche gesponsert. Ah ja, Mexiko zwei Rennen. Wie war denn das bei den anderen hier? Zwei Rennen. Ah ja, das sind dann immer unterschiedliche Strecken, genau. Gut, dann gucken wir mal nach den Fahrzeugen. Stadium Trucks. Angebote für... Achso, ich würde hier mit höhere Fähigkeiten brauchen und hier das Level 32 als Ass. Ah, schade, eins. Eins fehlt mir. Aber ist okay. Die sind auch nur A-Fahrzeuge. Also von dem her ist es eigentlich egal. Ja, sie würden sogar mehr Kohle verlangen. Also kann ich zu Texaco gehen mit 37%. Die Fahrzeuge sind gleich. Die Teile sind gleich. Ich gucke noch nach alternativen Lackierungen. Die gibt's nicht. Also geht's los mit Texaco. Das hier erste Strecke. Event 1 von 5. Halbfinale. Event 1 von 5. Achso, das andere ist dann auch Event. Ja, das sind jetzt 2, 4, 6, 8, oder? 10. Naja. Merchekor. Gut, viel Glück fürs Rennen. Bleibt vollständig. Mehrere Fahrzeuge von Texaco. Wie geil ist das denn? Texaco schickt gleich mehrere Autos in den Reihen. All right. Grün. Los, los, los. Bellen. Bellen und aus. Gehen wir mal mit der Ruhe. Weiß nicht jetzt zusammen. Ja. Ihr habt schon gesehen, dass sie in mich reingefahren sind. Für ein Team-internes-Duelle. Gehen wir mal mit der Ruhe. Auch geil. Hier ist jetzt nur wichtig, auf Platz hier erstmal zu kommen. Sollte auf jeden Fall möglich sein. Aber wenn ich überlege, dass ich hier die vorherige Meisterschaft mit meinen Level-D-Fahrzeugen, glaube ich, gemacht habe. Oder mit meinem Level-D-Fahrzeug. Und hier mit einem Level-A-Fahrzeug so viel leichter unterwegs bin. Letzte Runde, greift weiter an. Ist ja schon krass, dass ich da gekämpft habe immer. Ja. Hier muss ich auf jeden Fall immer aufpassen, an der letzten Runde. Aber ging ja gut. Großartig, Mann. Oh. Joa, dann direkt weiter. Ah. Oh. Ich glaube, mir hat die Motorhaube gefällt. Ist die denn weggekommen? Versuch heute einen guten Start hinzulegen. Okay, sehen tut man sie nicht, wenn sie fehlt. Los. Durch den Sprung alleine. An allen vorbei. Geil. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall zu weit. Obwohl ich das noch ein bisschen anpassen kann. Gut gemacht. Wir haben in dieser Runde Dreizehntel verloren. Wir haben in dieser Runde Dreizehntel verloren. Wir müssen schneller werden. Warum denn? Ich führe das Rennen hier locker von vorne an. Warum soll ich da Gas geben? Müssen halt auch so Sprüche kommen, wo über Verwalten gesprochen wird und so, ne? Also, dass man dann sagt, hier, du führst das Rennen gut von vorne an. Äh, gibt nicht zu viel. Verwalter es oder so, fahr weiter so oder irgend sowas. Nächste Runde, bleibt alles klar. Ah, du hast was verloren. An Zeit, du hast aufgeholt. Blablabla. Gibt Gas. Ist doch Quatsch. So ein schön sauberes Ziel. Nach hinten kurz geguckt. Alles safe. Bam. Erstes Rennen gewonnen. Erster Platz. Gut gemacht. Schade, dass es halt hier nur zwei Länder gibt, wo man das hört. Die Strecken damit so extrem ähnlich sind. Ach, das waren schon die zwei Rennen. So. Oh, ne, Wadda kommt noch dazu. Ach, Mensch. Ich dachte hier... Ah, okay. Die zwei Rennen zählen also schon als Halbfinale und Finale. Das sind schon die einzelnen Rennen. Okay. Aber da soll mir recht sein. Kalifornien im Regen. Geil. Über 1 und direkt am Anfang. Gut, viel Glück fürs Rennen. Bleib konzentriert. Bereit. Gut, los, los, los. Ja, komme ich echt schnell vorwärts, als ich hier einfach durchlatsche. Also, innen. Aber auch sehr interessant, ich bin die Kurve ganz anders angefahren, die erste. Ja. 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 Ich bin gespannt, ob bei der Klassik-Rallye dann irgendein Akku noch dabei ist oder ob es wirklich nur andere Fahrzeuge gibt. Ist ja ziemlich schade. Wie lange die Strecken dann werden und wie viele Strecken es denn davon gibt. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich schon alle vier Lizenzen fahren dann. Waren ja alle rot angezeigt. Also mussten eigentlich alle verfügbar sein. Das war bei dem anderen auch so, das weiß ich nicht mehr. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde sieben Zettel aufgeholt. Das war's für mich. Ich bin der Runde sieben. Das war's für mich. Das war's für mich. Letzte Runde, machen wir alles klar. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Die Ante ist rot. Los. Ist Züge da rechts, oder was? Ellen. Genau das ist Ellen und aus. Die Ante ist rot. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ich mich jedes Mal frage, zu wem ich die Zeit aufhole. Ich dachte gerade, da kommt einer von uns. So können die auch manchmal so ein bisschen Streich spielen. Der Ton ist aber falsch. Diese, die Pfützen fahren passt irgendwie gar nicht dazu. Was immer gleich ist. Du hast in dieser Runde ein Zehntel aufgerollt. Das ist schade. Hört mir gerade mal so auf. Schon wieder ein Zehntel aufgerollt. Na ja. Letzte Runde. So viel, zu früh. Greif einfach an. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Schön. Das bin ich meiner. Hier, guck mal, wer ist natürlich durch. Richtig schnellste Runde gekriegt. Hm. Also, jetzt alles los, okay. Hm. Ganz knapp. Vom Ass. So, ab geht's nach Nevada. Bis bald? Bis bald. So. 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 von der 1 wieder team 1 1 auf die strecke ist die stresse auch noch besser außen ich glaube Nevada bin ich noch nicht gefahren, den fahr ich zum allerersten mal die kommen mir nicht wirklich bekannt vor, irgendwie mit diesem großen hügel und dem sprung dann, oder? ah zumindest mit dem licht glaube ich nicht also mit der sonne, die so blendet so 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 ist es schon der, staub der da noch gerade stand und so 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 Nein, 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 nein. Bäm, oh, der war aber noch dicht dran geschmolten. Ha, Mo Daube fehlt natürlich wieder. Gut, das geht gleich los, konzentrier dich. Die Hande ist rot. Kein Texaco, vorhin war es schon witzig mit mehreren Texacos nebeneinander. Los, los, los. Doch, der nächste ist eins. Das ist schon bequem, direkt in den ersten Punkt vorbeizugehen. Ich komme durch den Stand bei den Spensoren, bei den guten Fahrzeugen habe ich es derzeit echt leicht. Ich komme durch den Spensoren, bei den Spensoren. Ich komme durch die Spensoren. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde 13 Laufgeholt. Weit rausgerutscht. Dann sind die anderen direkt dran. Ein bisschen schnell glaube ich gerade. Na gut, ich hatte auch mehr Weg zum Beschleunigen. Muss man ja auch sehen. Dadurch, dass ich weiter oben war. Muss man natürlich berücksichtigen dann. Wenn man das nicht macht, ist man halt beim nächsten auch zu schnell. Wir haben es zu weit. Was geht jetzt weit draußen? Verletbar natürlich bei Endeffekt 3. Jetzt bin ich weiter unten. Wesentlich weniger Anlaufstrecke. Wesentlich kürzerer Sprung. Weniger Geschwindigkeit. Wesentlich schneller um die Kurve herum. Wesentlich schneller im nächsten Streckenabschritt. Es schaut. Gostan Lisa wird behind, schädig Morris-Modowa. Gost! Gost! Das ist die letzte Runde. Oh, da vorne fährt noch einer, oder? Das ist ja geil. Die Chance, eins zu überrunden. Der ist aber auch sehr langsam unterwegs. Der ist extrem langsam. Der ist bestimmt schon größtenteils kaputt. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Ist auch geil. Da oben stehen ja auch noch Autos hier. Auch Autos. Auch cool. Oh. Wer war denn das jetzt? War das der kaputt, oder was? Das ist der letzte Platz. Strange. Sehr strange. Und wieder geworden. Läuft gut. Mit den Fahrzeugen. Auch wenn ich das hier schnellste Runde habe. Gewinnig. Und wieder nach Mexiko. Und wieder nach Mexiko. Heute geht's. Wie ist das? Bis zum nächsten Mal. Das ist es. Genau, bei Regen wieder. Regen, Mexiko. Hast du das überhaupt zusammen? Auch ein gewohntes Bild ohne Motoren. Streng dich heute an. Zeig, was du kannst. Auch geil, hier sind zwei Rixi nebeneinander. Und zwei von den Roten. Guck dir. Reise, glaube ich. Ja, zwei. Oh. Hast du früh eingelenkt? Aber hat noch gepasst. Ist so geil, wie das Auto dann aussieht. War gut gemacht. Aber der Fützen-Sound gefällt mir nicht. Der kann passen, wenn man ne Strecke gerade ausfährt. Aber so hier auf dieser durchfurchteten Strecke... ...passt das auf jeden Fall nicht, dass man immer hier... ...sackt. Also hier dieses... ...passt einfach nicht. Dann immer den gleichen Rhythmus. Das macht's irgendwie unglaubwürdig. Erstören schon fast. Du hast in dieser Runde einen 5 Zehntel aufgeholt. Ich bin gespannt, wann das erste Spiel kommt, wo man hier sowas alles sieht. Wenn man das umgräbt und so. Also nicht nur einfach nur Spuren mal oder so. Also wo sich das Ganze dann richtig verändern kann. Das wäre auch geil. Überlegungen hat man ja, glaube ich, schon immer mal gemacht in den Spielen. Aber noch lange nicht gehabt. Ich glaube, bei den Forster-Teilen oder so, ne, gibt's ja die Möglichkeit, also bei Forster-Motorsport oder so, dass sich die Straße verändert, ja. Ja, vom Belag her, äh, nicht vom Belag kommen. Letzte Runde, mach alles klar. Regen oder so, das ist klar. Ähm, ich wüsste aber auch gerne, ob sich dann auch zum Beispiel Reifenabreibung, äh, auswirken kann. Das wäre zum Beispiel auch geil. Aber ich glaube, die Berechnungen sind einfach noch zu krass für das, was da ist. Ähm, du müsstest ja wirklich jeden einzelnen Partikel berechnen. Äh, und die, äh, Reibefähigkeit der Straße dann und alles. Wo der Partikel jetzt letztendlich liegen bleibt, wie der sich festsetzt, so ne Sachen. Dann, wenn's dann noch zusätzlich regnet, müsstest du es ja auch noch zusätzlich berechnen, wie der Regen das Ganze dann verändert. Also, wo Gummierung ist, wo keine Gummierung ist, durch die abgefahrene Reifen, so ne Sachen alles. Das muss ja alles berechnet werden. Ich glaube, dafür sind die Rechner einfach noch nicht stark genug. Also egal, ob Konsole oder, äh, Desktop-Rechner. Ja. Okay, leg einen guten Start hin und sichere dir ein gutes Ergebnis. Mach' ich Boss. Bereit. Los. Außen. Ja, ist doch mein Teamkollege. Warum fährt er mir so in die Karre? Auto, aus. Auto, aus. Ah, diese Mini-Ruggler nervt mich auch. Frag mich, ob die Mini-Ruggler dadurch sind, dass ich streame. Dass er da ein bisschen Probleme hat. Oder, dass das vom Spiel einfach so ist. Gut gemacht, du hast in dieser Runde zwei Zehntel aufgeholt. Frag mich, die oder, wie auch immer das Zehntel aufgeholt. Ist doch mal, wie auch immer die Ballen-Ruggler. Gebt mehr Gas. Wir haben zwar keine Zeit verloren, konnten aber auch nicht aufholen. Ah, der Drehschüpplein kommt ran. Oh, fast zu eng und dadurch Zeit verloren, denke ich. Ich bin zu lange gebremst. Eine Sekunde. Und dann sind sie dabei. Ja, super. Du kannst zufrieden sein, das war gute Arbeit. Gewonnen. Und Kalifornien. Und dann ist die Landrush WM auch zu Ende. Schön. Aber ich freue mich, dass ich jetzt ein bisschen vorwärts komme, weil ich hier Lead schon Dishonored habe, was auch gespielt werden will. Ja, als U-SK 18 wäre es dann sogar. Das habe ich mir gar nicht aufgefallen. Gut, viel Glück fürs Rennen. Bleib konzentriert. Rot, mach dich bereit. Los! 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 Ach ne, dann wäre ich links weggegangen. Das ist die einzige Modifikation Das Verlangen Oh, 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 ah, da muss ich hier mehr bremsen, also Hm, was vorm Hängen, äh, vorm Reifen hängen geblieben Von Optics sieht's echt so aus, als muss das, äh, also Gut gemacht, du hast in dieser Runde eineinhalb Sekunden aufgeholt Würde anderes fahren besser sein Oh, ne, ich kann's gerade nicht erklären Das ist die letzte Runde Schon die letzte Runde, Mensch Wieder einer, der sehr langsam ist Oh, ne Frag ich mich ja echt immer Ja, der fährt nicht aus dem Weg, auch schön Ist hier keine blauen Flaggen, oder was? Ja, hier sieht man's jetzt an den Linien, dass man halt da rumfahren muss Also, schon auf den Hügeln so ein bisschen, äh, auf den Hückeln Schon ein bisschen in den Drift gehen soll Das ist der erste Platz Ja Gut, das geht gleich los Konzentrier dich Na klar Bereit? Los, los, los Los, los Los, los Auto aus Jeder bitte Ruhe, reist dich jetzt zusammen So, wir versuchen jetzt vorm Ziel zu gucken, wie mein Auto aussieht Ich hatte jetzt noch nicht drauf geachtet, aber ich könnte mir vorstellen, die Motorhau hat wieder gefehlt So, hier kämpft jetzt mal einer gut mit Und wie lange er das durchhält Wenn ich solche Fahrfehle mache Ja, dann bleibt er nämlich dran Wäre auch geil, wenn die, äh, KIs hier lernen würden, am Fahrverhalten und sehen würden, äh, dass man anders vielleicht schneller sein kann oder so Das wäre auch ne geile Challenge Das ist so ein bisschen alleine, selbst anpassen Also Gut gemacht, du hast in dieser Runde vier Zehntel aufgeholt Äh, sie gerade mal ein bisschen husten Äh, weil sie sagen wollte, dass sie sich so ein bisschen anpassen an dem Fahrverhalten und so Und Wird Dementsprechend agieren können Das wäre ja schon ziemlich geil Das ist ja dieser langsame Wenn ich irgendwie ausmaneueuern muss Das ist ja knapp Ich hab mich schon den Reifen berührt Werde ich auch schön hängen bleiben von gerade in dem Reifen Das war ungünstig Genau, das sieht man dann auch Also hier, bei denen retten wird echt Gut einiges bestraft, wenn man hier Fehler macht Ah, okay, so kann man noch besser rum Wenn man das Gas rausnimmt Das Auto quasi rumschmeißt Und schmeißt Ich kann das manchmal hier auch Das muss ich dann halt bei dieser langen Witz Wo wir auch ein bisschen probieren Aber auch da nicht so, dass ich das Auto wegschmeiße Guck Ist das schon wieder ne langsamer? Na gut, wenn der so extrem langsam ist, ne Außen Außen Ja Also man muss halt hier auch aufpassen Wenn man das Auto so rumschmeißt Dass man das nicht zu sehr rumschmeißt Weil sonst fliegt das Auto sonst wohin Und ab Das war ja wohl knapp Sehr gut, ich bin sehr zufrieden Puh Gut, dass ich da noch hin nach hinten geguckt habe Sonst wäre der vorbei gewesen Und ich hätte es verloren Also nicht verloren, aber ich wäre Zweiter gewesen Und Das wäre es gewesen Aber so habe ich den noch gewonnen Insgesamt auch Terrain Baby Seltener Erfolg Lamprosch Weltmeisterschaft gewonnen Geile Sache Das freut mich richtig Ohne große Kollision Eine gemacht Naja Ist halt so, ne So, bisschen Kohle wieder rein ins Haus Zack Und Ah, für ein Level Doch, reicht für ein Level ab Namenhaft Schön Was gibt's dafür? Neuen Sponsor KI-Schwierigkeit Knallhart Und den Jackson Pro Truck 4 Ja, geil Jetzt habe ich somit meinen eigenen Wow Das war wirklich gut Du bist der Landrush Weltmeister Bei diesem Motorsport Wo es auf Power und Entschlossenheit ankommt Hast du allen bewiesen, was in dir steckt Du hast die von Menschenhand geschaffenen Wüstenarenen In ganz Amerika gebändigt Du hast Schläge abbekommen Verletzungen überstanden Ausreichend Erde gekostet Was? Und bist dennoch siegreich hervorgegangen Oh Gott Habe ich das gewusst? Schön Ja, dann gucken wir doch nochmal Erstmal in die News Also Sponsorangebot Und die sind natürlich super zufrieden gewesen Dann Geben wir mal noch ein bisschen Kohle fürs Team aus Was kann ich hier machen? Uh, 240 250 250 125 200 Und 125 Also einmal die Verpflegung Verbesserung des Team Zeugs Bums Dann die Wiederverwertung 125 Und übrig bleiben 225 Da kann ich mich mit 200 Ist das glaube ich ja Die Werkstatt Rang C 20% Rabatt Zack Schön Und dann gucken wir jetzt nochmal Gun6 in Ach ne, die anderen Sachen sind doch nicht freigeschalten So wie ich es erst dachte Oh Triple Crown Ah, okay Das ist das was vorhin angesagt wurde Rallye, Rallye Cross und Land Rush Land Rush Okay, aber dazu muss ich erst noch Ah, jetzt verstehe ich's Also muss ich Rallye Cross durchfahren Gewinnen Dann wird das hier freigeschalten Genau, weil das Rallye Cross ist ja noch grau Und dann fahre ich ein Mega Event mit den dreien wahrscheinlich oder so Aber gut, gucken wir erstmal Gehen wir in Rallye Cross Fahrzeug Achso, jetzt gucken wir mal kurz So sieht das aus Gut Fahrzeuge nur gesponsert Dann gucken wir mal was Wir uns hier nehmen Achso, auch alles Team A Fahrzeuge Ne, B sind auch noch bei Okay, zwei A Fahrzeuge So, da ist eigentlich egal Hohl mäßig Alle gleich Aussehen Ist dann halt nur das was zählt Und dann Nehm ich den hier Und Start Da gehen wir direkt mal auf Portugal, das will ich mir nochmal angucken Und danach mach ich ein Rake Mal sehen, wie sich das Rallye Cross hier fährt Montalegre Die ersten drei ausheben sie mich für... also nicht für das Finale Qualifiziet Okay, die ersten drei Ja 6-6 Okay, das fahren nur so wenig Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil Du musst sie nur einmal fahren Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe Okay, konzentrier dich auf die Ampel Versuch heute einen guten Start hinzulegen Ach, wir starten nicht mal auf eine Reihe Okay Die Ampel ist rum Die Ampel ist rum Los, los, los Das war unnötig Oh, wer steht denn hier rum? Schön Du kämpfst momentan um den dritten Platz Ich hoffe, dass ich hier nicht nochmal fahre Die Runden fahren mal vier, okay Ein bisschen ins Rutschen gekommen Das war nicht gut Das ist auch der Gegenseite Ich dachte schon, das wäre bei mir Hm, schön Schön den ersten gemacht So soll es sein Ja, sehr gut Das ist ein Sieg Machen wir direkt weiter Geht ins Finale Ja Rot, mach dich bereit Meine, sieht so sauber noch aus Wo sind die hier entlang gefahren? Der ist ja vollkommen sauber Ich glaube, dass wir unter den ersten Platz kämpfen sobald die Anderen ihre Jokerrunden gefahren sind Ich bin gerade frei fahrt, deswegen muss ich eigentlich so so viel wie möglich rausfahren 6 Runden, ok Ich glaube, dass wir um den ersten Platz kämpfen, sobald die anderen ihre Joker-Runden gefahren sind Schön, dass der Polle irgendwann mal wieder steht Es aussieht, fahren wir um den Sieg mit, sobald alle Fahrer ihre Joker-Runden gefahren sind Ich bin ja nur ich, der fehlt Joker nächste Runde, Joker nächste Runde Ok, Joker nächste Runde Du kämpfst momentan um den Sieg Schön, richtig gut gemacht Gewonnen, gut gemacht Ja Dauberaktion D1 D1 Und Albach Racing wird es auch gefallen Ja, ausgezeichnet So, gefällt es mir, so gefällt es dem So, wie gesagt Hier mache ich erstmal einen Cut Und ein bisschen Post kurz nochmal lesen Ja, die haben das aktualisiert, weil es denen gefällt Dann gefällt es mir auch, wenn es denen gefällt Und Ja, wie gesagt Danke fürs Zuschauen erstmal Ich mache eine Pause Und gucke mal, mit was ich heute Abend online komme Ob noch eine Runde Dirt ansteht Oder ich einfach mal das kostenlose Wochenende von Rainbow Six Siege probiere Wo ich auf jeden Fall morgen im Laufe des Tages mal rein droppen will Mit einem Kumpel Ja, mal gucken, ob ich heute Abend nochmal ein bisschen vortrainiere Oder ob ich es einfach morgen passieren lasse Also dann bis dahin Tschüss